Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls V Skyrim und wir machen uns jetzt wie versprochen auf den Weg ins Ödsturz Hügelgrad. Einer der ersten Wege, den man so als Krieger geht, sag ich mal. Also als Abenteurer, nicht als Krieger. Und wir räumen erstmal ein bisschen auf hier. Na, du sollst nicht nochmal zuschlagen. Bewege dich, Mädchen. So. Das war's schon. Okay. Ich höre irgendwas. Ich glaube, irgendwo ist hier eine Frostbissspinne unterwegs. Dann plündern wir doch mal wieder den ganzen Scheiß hier. Ja. Schlösser knacken. Hupser. Ich hab kurz die Konsole wieder aufgemacht. Klack. Ein bisschen Gold und den Eisenstreitkolben lassen wir da. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal bei Schwertern. So, was haben wir schon. Der nette Herr hier hat sieben Gold. Und auch neun Streitkolben. Gold, Wein. Gut, Rest brauchen wir nicht. Hier noch. Und dann... Ne, den hatten wir schon. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ah, ne, hier ist noch was. Moment, Moment, Moment. Moment, alchemistische Zutaten. Immer wichtig. Gut, machen wir uns jetzt auf den Weg. Oh, ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Oh, die ist leer. Ist leer. Hier hängt auch nichts drin. Gut, weiter im Text. Okay. Ah, ne, das war woanders da. Okay. Musste, glaube ich, mal die Empfindlichkeit ein bisschen höher schieben. Ja, doch, es geht eigentlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Fakten nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir haben nämlich, glaube ich, noch keine. Stahl, Kriegsachs, zwölf Schaden. Okay. Äh, obwohl... Ne, nehmen wir mal nicht mit. So, das erste von vielen dieser netten Bilderrätsel hier. Gehen erstmal gerade da hoch. Schnappen wir uns den Heiltrank, der da hinten liegt. Zack. Und jetzt... Gucken wir mal. Also Schlange. Schlange. Ähm, Fisch. Fisch ist das. Drehen wir mal diese Teile hier. Schlange. Schlange. Und... Fisch. So. Dann ziehen wir das Hebelchen. Wir hätten jetzt auch warten können, wenn wir langsam hier runtergelaufen wären. Äh, und der da vorne uns nicht bemerkt hätte. Dann wäre dieser... Äh, Bandit hierher gegangen. Hätte den Schalter gezogen, ohne die Säulen zu bewegen. Und hätte eine volle Ladung Pfeile abbekommen. Und wäre gestorben. Aber... Ich mach ihn lieber selber kaputt, den guten Mann. Noch ein Zaubertrank. Ah, Dieb haben wir gefunden. Sehr schön. Eines meiner Lieblingsbücher übrigens. In, ähm... Der Elder Scrolls-Reihe. Das gab's auch schon in Oblivion. Und glaube auch schon in Mohovent. Das ist eine vierteilige Reihe. Dieb, Krieger... Ne, Bettler, Dieb, Krieger und König. Wenn ihr jemals dazu kommt, das mal zu lesen, könntet ihr, ähm... Sag ich mal, schon mal machen. Also meiner Meinung nach lohnt sich's. Immer dieses Giebe. Naja. So. Sind wir doch schon hier bei der Rolle des Feuerballs. Genau. Was? What the... Ähm, ja, sorry. Äh, ich bin grad extrem irritiert. Die hab ich noch nie gesehen, diese Spinnen hier. Noch nie. Okay, ich spiel aber auch gerade zum allerersten Mal mit dem, äh... Megagroßen Texture Pack. Ich weiß nicht, ob die da zusätzlich noch irgendwie eingefügt wurden. Oder sowas. Auf jeden Fall gehen sie beim ersten Schlag schon kaputt. Diese kleinen Spinnchen hier. Aber hochheben können wir sie trotzdem nicht. Oh, doch, doch können wir. Ighit. Bleh. Wir gehen einfach mal weiter. Jeder Harknir, noch Björn, noch Solin. Gold ist immer gut. So, wo, 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 wo? Ne, hier war nichts. Ah, Hallöchen. Stirb schon. So, jetzt sammeln wir mal schnell mal alles ein hier. Nach unserem epischen Kampf gegen diese Mörder-große Spinner. Skiver-Schwänze haben wir hier noch ein paar, noch ein paar Eierchen. Nehmen wir alles mit. Und hier müsste Gold sein. Oh, hier sind sogar noch ein paar ganz schöne Sachen drin. Zwei Goldmünzen. Naja, gut. Besser als nix. Warum hab ich jetzt meine Schwerter weggesteckt? Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! So, hier noch. Hier, hier drüben. Nein, hier. So. Jetzt. Tja. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Hilft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Holt mich hier raus! Erschlage, Arewell. Gut, dann tun wir das doch mal. Ein Schlag und Tod? Krass. Da ist die Goldene Klaue. Arewells Tagebuch, das nehmen wir mal mit. Auch wenn wir es eigentlich nicht brauchen. Das Geheimnis ist ja total kiki zu lösen. Wie das funktioniert. Schauen wir uns doch gerade mal noch hier um. Leer. 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 Und da ist was drin. Oh. Oh, jetzt habe ich nicht... Immer diese Angewohnheit, schnell einfach alles aufzunehmen. Jetzt habe ich nicht gar nicht gesehen, was da drin war überhaupt. Okay, das können wir nehmen alles. Die ist leer. Die hier sind nichts. Okay, ah, ich kenne noch einen Seelenstein. So. Äh, ja, das Geheimnis ist eigentlich relativ einfach. Das werdet ihr dann gleich sehen, sobald wir an der Tür sind. Da brauchen wir jetzt das Tagebuch nicht für lesen. Auge! Alter Nord, die Kriegsöxt. So. Jawohl, ja. Was hat er denn? Ein Zaubertrank des Kriegers. Oh. Einhand Waffen verursachen 60 Sekunden lang 20% mehr Schaden. Sehr geil. Äh, ja, kann man auch brauchen. Hm, einen alten Nord-Zweihänder. Ich mag die ja eigentlich. Die sehen schon relativ geil aus. Gewicht 18. Wo sind wir denn so beim Gewicht hier? 220. Äh, nee, lassen wir mal da. Kriegen noch mehr als genug Möglichkeiten, Traugerwaffen mitzunehmen. Mehr als genug. War hier nicht noch irgendwo einer? Da. So, zack. All das immer schön mitnehmen. Nur nichts verkommen lassen. Ah, Moment, da ist noch einer. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hä? Ich dachte, die wäre... Ha, zu offensichtlich. Wir gehen einfach mal außen rum. Und jetzt könnten wir ja mal. Der bewegt sich nicht. Ah, jetzt. Wir machen jetzt einfach mal was. Vielleicht klappt's ja. Na komm. Na, es hat nicht geklappt. Schade. Hat's jetzt doch nochmal geklappt? Ich hab's gar nicht gesehen. Schade. Ich wollte ihn jetzt eigentlich mal da schön in diese Falle reinlocken. Aber irgendwie scheint's nicht geklappt zu haben. War er so ein... Mini-Stückchen weiter vorne gestanden, als er eigentlich so ist. Oder der Drecksack? Ach, jetzt hab ich... Moment, Entschuldigung. Jetzt hab ich den hier aufgenommen. Brauchen wir nicht. Wie er einfach mal durch den Boden durchfallen wollte. Oh, da ist ja noch einer. Oder ein, nee. Entschuldigung. Ist ja ganz eindeutig eine Frau. Gewesen. Wie auch immer. So, was hast du noch Schönes? Alte Nordpfeile. Schaden 10. Knochenmehl. Das nehmen wir mit. Alter Nordburgen. Wie viel Schaden macht denn der? Der macht 9. Und unserer macht 8. Ja, dann tun wir doch... Nein! Nicht ausrüsten. Ablegen. Dann tun wir doch mal den Nordbogen anstelle von dem Jagdbogen mitnehmen. Und die Pfeile machen 10 Schaden. Und unsere machen 8 Schaden. Na gut, dann tun wir die Pfeile auch mal mitnehmen. Oh. Ach so, ja. So, sonst gibt's hier, glaub ich, nur noch da oben die Truhe. Und ansonsten dann in dem Raum erstmal nix mehr. Ja, komm, geh hoch. Lehrling. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ach, ich liebe Schlösser knacken. So, geht doch. Zack, Gold. Da lohnt sich ja eigentlich fast nicht mal, ey. Äh, egal. Wir nehmen immer schön alles mit. Hier ist noch ein Trauger. Ach, jetzt hab ich wieder so schnell... Was war denn das jetzt? Ich glaube... Weiß nicht, vielleicht war es ein Hawker-Zahn oder so. Oder ein Northspells. Ich weiß es nicht mehr. Sollte ich mir das abgewöhnen, immer so schnell da drauf zu klicken und einfach alles einzusacken. Moment. Kurzes Schnellspeichern. Und... Wie war nochmal sprinten? Ich glaube, auf der... Nein, das war nicht sprinten. Moment. Das ist schleichen. Na, sag mal. Wo ist denn sprinten? Sag mal, bin ich denn jetzt blöd? Da geht sie. Da schleicht sie. Ah, alt. Okay. Alt-Taste. Mache ich ne Fresse. So, jetzt aber. Das war zu langsam. Direkt mal verkackt. Und dann machen wir aber jetzt gleich mal die Falle aus. Damit wir nicht nochmal da durchlaufen müssen. Aber gut, so viel hat uns die Falle jetzt auch nicht abgezogen. Also... Geht das? Das war höchst intelligent. Wie immer. Das wiederum war cool. Gold nehmen wir mit. Moment mal. Jetzt. Ach, Quatsch. Was mach ich denn, ey? Moment, Moment, Moment. Hier müssen wir rein. Ich will gerade mal was versuchen. Was auch möglich ist. Wäre nämlich... Gehe ich aber die Ego-Perspektive für. Zack. Das hier. Usch. Das war jetzt aber vielleicht gar nicht mal so intelligent, weil ich glaube, da kommen noch zwei. Mensch. Alter Nordstreit-Axki war's. So. Also ich wollte das nochmal kurz zeigen. Wir gehen wieder auf unser nettes Schwerterpärchen. Und hau da erstmal voll daneben. Genauso wie sich gehört. Ah, Stahlbacht. Sehr schön. Können wir unser zweites Schwert auch noch verstärken. Ähm. Ähm. Äh. Okay. Ich verstehe es nicht. Moment. Da sind wir hergekommen. Diese Spinnen. Ich hab die noch nie gesehen. Waren die schon immer da? Hab ich die bis jetzt einfach immer überlaufen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Komm her. Stirb. Danke. So. Das Gold nehmen wir mit. Die Streit-Axki ist immer da. Können wir einfach... Äh. Eisenhelm der geringen Magiker. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Den können wir schön verkaufen. Hier machen wir auf. Und sonst war hier nichts mehr. Außer... Vielleicht... Ne. Das kommt erst noch. Okay. Ah. Genau. Hier. Zack. Trollschädel. Haha. Gewicht 3,5. Wert 5. Ich bin immer mit. Ich mag den Trollschädel eigentlich irgendwie. Ich finde der sieht cool aus. Deswegen nehme ich den immer mit. Obwohl er ansonsten eigentlich nicht wirklich einen Nutzen hat. Einfach als Deko-Objekt halt. Na. Das sind doch 3. So. Jetzt ist... Alle. Ah. Da liegt eine Spitzhacke. Was? Da liegen sogar 2. Okay. Na gut. Super. Wollte ich jetzt eigentlich nicht wegstecken. Aber gut. Die Pelzheim lassen wir hier. Ziehen wieder unsere Schwerter. Und... Trauge. Ich dachte hier wäre ein Eistroid oder sowas. War wahrscheinlich eine andere Höhle. Die Höhlen sehen sich ja teilweise auch doch noch ein bisschen ähnlich. Ja. Ein Weiblicher sogar wieder. Trifft man nämlich nicht so häufig wie die männlichen. So. So. Zwei. Das ist mal hier. Und noch so ein Schädelchen. So. Wir gehen erst mal da runter. Da gibt es nämlich noch ein bisschen was zu holen. Jetzt werde ich auch fast schon runtergesprungen. Aus Versehen. Und dann gehen wir erst oben weiter. Hier hätten wir noch einen Skiver. Ein Skelett. Ein bisschen Gedönse. Und... Da ist nichts soweit. Ich weiß. Da können wir auch gar nicht durch. Aber hier haben wir noch eine Truhe. Und ein zweites Skelett. Und das sollten wir doch schnell geknackt haben. Zack. Offen. Gold. Seelenstein. Ah. Stahlstreitakt. Gewicht 21. Na komm. Die nehmen wir noch mit. Dann müssen wir aber sehr bald ein wenig ausräumen. Ich hatte mir auch überlegt. Ich weiß nicht. Ob ich es mir vielleicht ein bisschen einfacher machen soll. Ähm... Weil normalerweise spiele ich auch nicht ohne Mods. Wie man sich ja denken kann. Tue ich ja jetzt auch nicht. Aber jetzt dazu tue ich halt mit sehr wenigen Mods spielen. Und normalerweise spiele ich auch mit einer, die bewirkt, dass man einen Rucksack dabei hat. Der so gut wie unendlich Füllvermögen hat. Und es gibt da verschiedene Versionen. Es gibt einen, mit dem hat man unendlich Füllvermögen. Und einen, mit dem hat man halt 2000 Traglast zusätzlich. Und ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich mir so einen nochmal runterladen soll. Oder vielmehr runtergeladen habe ich ihn schon. Ich müsste nur die Mod ausprobieren. Ähm... Damit ich mehr mitnehmen kann. Aber die Sache ist halt, das grenzt halt schon an Cheaten, ne? Wenn man sich unendlich viele Gegenstände mitnehmen könnte. Dann könnte ich auch einfach per Konsolenbefehl meine Traglast erhöhen. Sag ich mal. Geht ja auch. Das nehmen wir uns alles mit. Hier hinten ist, glaube ich, nichts. Jawohl, ja. Gut. Na, sind wir ja schon gleich fertig. Gehen wir mal ins Allerheiligste. Und es wundert mich, wie extrem schnell die Ladezeiten sind. Es wundert mich immer wieder aufs Neue, muss ich sagen. Also auf den Konsolen sind die Ladezeiten teilweise echt extrem lang. Aber hier auf dem neuen PC, den ich jetzt habe, sind die Ladezeiten echt extrem kurz einfach. Selbst die Ladezeit, wenn man aus dem Menü heraus das Spiel lädt, ist echt verdammt kurz. Dauert nur 5 oder 6 Sekunden. Kommen wir diesmal durch. Jawohl. Zack. Jetzt ist schon wieder einer auf uns. Wir gehen erstmal in Deckung. Nehmen den Trank mit. Hier gibt es nichts. Ha, zielen kannst du auch nicht. Jetzt hat er uns getroffen. Aber auch nur, weil wir stehen geblieben sind. Hi. Zack. Ach, unsere Lucia ist der Hammer. So, die Pfeile nehmen wir mit. Wegen Nachschub und so. War hier jetzt noch irgendwas? Ich bin mir gerade nicht sicher. Moment, Moment, Moment. Nein, ich glaube nicht. Kann man hier langlaufen? Jawohl. Sehr schön. Wie? Ah, wir haben aber die Fallen nicht ausgemacht hinten. Ah gut, okay. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Wir müssen ja nicht mehr zurücklaufen. Okay, da wären wir. Ich finde die Zeichnungen auch immer ganz geil, muss ich sagen. Auch wenn ich leider nicht daraus lesen kann, was da steht. Stehen in jedem Hügelgrab, glaube ich, andere, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Na gut. So, das Geheimnis des Ödsturz-Hügelgrabes. Hier haben wir jetzt etwas, wo ganz eindeutig die Klaue reinkommt. Und den äußeren, den mittleren und den inneren Ring mit Tier-Symbolen drauf. Dann gehen wir doch einfach mal ins Inventar und suchen uns unsere goldene Klaue. Und tun sie mal untersuchen. Und ganz eindeutig, uch, das wollte ich gar nicht, haben wir hier einen Bären, eine Motte und eine Eule. Also würde ich mal sagen, wir tun das mal genau so ausrichten. Bären, Motte, Eule. Tadaa! Und jetzt können wir die Tür öffnen. Es wird Zeit. Federmäuse. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Irgendwo ist hier, glaube ich, eine Erzader, wollte ich sagen. Hab's aber direkt im Sprechen, hab ich's vergessen, was ich sagen würde. Da kommen wir doch hoch. Hä? Wieso komm ich da jetzt nicht hoch? Sonst laufe ich doch auch da hoch. Also geht doch. Ach, hier ist ja gar nichts. Hm. Da hab ich mich getäuscht. Ich dachte, da oben wär was. Oder? Hier ist doch keine Erzader. Ah. Gut. Dann halt nicht. Schade. Ich dachte, eigentlich hier in dem Flussbeet ist irgendwo eine Erzader drinne. Aber gut. Hab ich mich wohl getäuscht. Ist da hinten noch irgendwas? Ah. Man hört's schon. Ach, wir müssen auch noch eine Stufe aufsteigen, seh ich grad. Dann würde ich sagen, machen wir das doch noch schnell, bevor wir, hm, ich würde sagen, jetzt machen wir mal auf Ausdauer und gehen auch wieder auf die Einhändigh-Fähigkeit. 25% weniger Ausdauer, das machen wir. Dann ist nicht gleich immer unser kompletter Ding leer. Ja, und dann würde ich sagen, schnappen wir mal unser erstes Wort der Macht. Der war ja easy. Alte Nordstreit-Akt ist der Kälte. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. So eine Scheiße. Ähm, ja. Stahlstiefel der geringen Ausdauer. Steigert die Ausdauer. 20 Punkte. Müssen wir grad mal gucken, was wir hier lassen und was wir mitnehmen. Stahlstiefel der geringen Ausdauer. Pelz am Schienen bleiben hier. Okay, den Drachenstein brauchen wir auch auf jeden Fall. Knochenmehl. So, jetzt, ähm, ist die Frage, so jetzt zu laufen, wäre doof. Wir müssen, oh, 305 haben wir. Okay, wir müssen 311 Punkte ablegen. Hm, was haben wir denn da? Die haben kein Gewicht. Spitzhacke. Oh, eine Spitzhacke wiegt 10 Punkte? Na gut, wir brauchen eh nur eine, also können wir eine auch ablegen. Und wir haben noch eine normale Stahlstreit-Axte. Die würde ich aber ehrlich gesagt gerne behalten. Da haben wir noch irgendwas, was extrem viel wiegt, was ich loswerden kann. Dann, Wildbret, Gewicht 2. Ach, komm, wir essen halt. Ach, nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Stop. Machen wir nochmal. Zack. Essen. Und essen. Nom, 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 nom. So, jetzt haben wir genau einen Gewichtspunkt weniger. Unsere schöne Spitzhacke legen wir mal hier hin. Vielleicht kommen wir ja nochmal hierher irgendwann und sammeln sie ein. Ich glaube aber eher nicht. Gut, dann machen wir uns doch jetzt mal auf den Weg zurück nach Flosswald und überbringen Lucan seine goldene Klaue. Ein Glück, dass es ihm nur um die Klaue geht und nicht um das, was die Klaue aufschließt. Ah, hier haben wir noch eine Truhe. Gold. Geil. Zack. Schon sind wir wieder da. Da ist noch ein Mapmarker. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite, glaube ich. Moment. Genau. Wir müssen jetzt nur hier runter. Ja gut, wir könnten auch. Ach komm, machen wir einfach schnell mal eine Schnellreise. Ist jetzt nicht so dramatisch. Wir haben schon bald wieder einen Levelaufstieg auch. So viel brauchen wir nicht mehr. Ah, dann müssten wir jetzt aber, glaube ich, noch warten, oder? Lucan hat ja jetzt gerade dicht. Nein, er hat noch offen. Dann gehen wir mal rein. Lucan! Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir, meiner Schwester, einen großen Dienst erwiesen. Dadadam. Okay, 400 Gold. Und da der gute Mann uns jetzt mag. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Und da wir uns jetzt mit ihm gut gestellt haben, können wir jetzt gewisse Gegenstände bei ihm einfach einsacken. Machen wir jetzt auch mal. Die verkaufen wir auch dann gleich wieder direkt an ihn. Wir und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verkündet sind. Aber auch gut aufpassen. Zum Beispiel, der Eisenhelm hat einen zu hohen Wert. Der gilt dann als gestohlen. Da habe ich schon so einige Male... Halt doch mal die Fresse, Lucan. Da habe ich mir schon einmal so ein paar Böcke geschossen. Zum Beispiel hier. Einfach mal... Oh, gestohlen. Das mag er mich. Naja, jetzt habe ich eine Holzschale genommen. Die wollte ich nicht. Stehlen von Truhe. Okay, das erlaubt er uns gar nicht. Das ist auch alles geklaut. Die Eisenpfeile können wir aber nehmen. Aaaaaaah! Komm, halt die Schnauze. Oh man. Immer das Gleiche. Eigentlich ist das die Ladezeiten. Verdammt! Moment. Hier müssen wir laden. Das habe ich gerade für den Moment gedacht. Scheiße. Was habe ich denn jetzt getan? Okay, also gut. Nochmal. Je eher ihr... Ich habe die Welt mit Klau. Bla 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 bla. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Lasst nicht zu, dass meine Schwester etwas Dummes tut. Wenn, dann werde ich sie heiraten. Das ist dumm genug. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebel gekümmert habt. Das Großwald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Irgendwo müsste doch hier noch... Salz. Da ist es. Sehr schön. Das werden wir dann bald wieder zum Kochen benutzen. Weil Salz ist so ziemlich... Das, was wir für so ziemlich jedes Gericht irgendwie brauchen. Feine Stiefel. Her damit. Schuhe. Schmiedeschürze. Komm. Lassen wir da. So. Ist ja schnell wieder gemacht. Aber es war mir klar, dass ich den Bock wieder schieße. Jedes Mal das Gleiche. Die Brote nehmen wir noch. Die Weinflaschen nehmen wir noch. Wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. So. Hat er hier nicht noch? Ja, genau. Ein Geldbeutel. Das Flusswald Handelskontor hat alles, was man sich von einem gemischbaren Lacken wünschen kann. Also wenn du jetzt nicht gleich die Klappe hältst, ne? Ist unglaublich. Der labert und labert. Genau wie ich. Vielleicht sucht ihr... So. Schraubstücke, Grimmskrams, solche Sachen. Jetzt verkaufen wir mal unseren Schrott. Er hat ja noch 780 Gold. Lucan Valerius. Moment. Erstmal wird verkauft. Äh... Ich würde sie ja gern behalten, um den Zauber da rauszubekommen. Aber das ist halt noch... Äh... Ne. Das schleppe ich jetzt nicht ewig mit mir rum. Eisendolch. Die Eisenpfeile haben ja kein Gewicht. Die können wir behalten. Eisenschwert. Spitzhacke. Stahlstreitakt. Ach komm. Wir verkaufen sie. Und... Den würde ich ja gern behalten eigentlich. Ähm... Aber es ist ja nicht so, als würden wir den noch ein paar Mal finden, bis ich den verwenden kann. Also verkaufen wir ihn jetzt. Den verkaufen wir auch. Die auch. Weg. Und... Den könnten wir uns eigentlich anziehen. Werden wir doch gar keine Regen an. Ähm... Moment. Die sind besser, als die anderen. Und sie haben eine Verzauberung. Steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Dann würde ich doch sagen... Hm... Hm... Naja gut, komm. Hau mal weg, die Stiefel. Äh... Zauberkräfte... Äh... Tränke. Schwaches Gift der Erzürnung. Kann weg. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Frostresistenz kann weg. Das bleibt. Das bleibt. Bleibt, bleibt, bleibt. Wasseratmung. Kann man nie wissen, wann man was braucht. Das bleibt auch. Der Kriegertrank bleibt auch. Und... Das könnten wir theoretisch auch behalten. Erstmal. Das liegt ja nur 0,5. Schriftrollen. Rolle des Feuerballs. Ja... Hauen wir weg. Alte Wein. Hauen wir auch weg. Äh... Den Nordmeet hauen wir weg. Und... Der... Der bleibt. Der Wein. Da ist er doch. Den ganzen Wein hauen wir weg. Zutaten müssten wir langsam mal irgendwo, ähm... Verarbeiten. Amethyst. Haben wir auch noch ein paar. Horkazahn. Der wiegt ein bisschen mehr. Stahlbarren. Trollschädel. Wolfspelz. Das verarbeiten wir gleich alles noch zu Leder. Haben wir eigentlich noch... Ach, da ist das ganze Gewicht. 16 Leder haben wir. Und das mal 2. Das ist ja schon einiges. Wir sollten uns sehr bald mal, äh... Eine Behausung suchen, glaube ich. Äh... Lederstreifen. Die wiegen nur 0,1. Stahlbarren. Trollschädel. Ja gut, äh... Die verkaufen wir mal. Und Amethyst verkaufen wir auch alle. Granatstein. Kleiner Seelenstein. Jetzt hat er noch 58 Kohle. Jetzt schauen wir nochmal schnell bei ihm rein. Was er noch so hat. Eisenbarren zum Beispiel hat er. Nutzen uns jetzt aber allerdings gerade aktuell nicht so viel. Beziehungsweise gar nichts. Da will ich jetzt kein Geld für ausgeben. Für die ganzen... Was? Ein Bärenherz. Das kaufen wir mal. Äh... Das hat er nur das von uns. Das hat er auch nur von uns. Geringe Ausdauermagiker. Krankheitsheilung. Boah, 245. Ne. Das kaufe ich nicht dafür. Den mixe ich mir lieber selber. Äh... Hier hat's auch nix. Okay. Obwohl doch, da war was. Moment, 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 Moment. Das geringen Führens. Ach Gott, 1655. Ne. Seh ich nicht ein. Stahl... Okay, gut. Dann lassen wir das. Also gut. Und... Moment, wir haben keine Schuhe mehr an. Verdammt. Wir haben keine Schuhe mehr an. Wir müssen uns erstmal wieder Stiefel anziehen. Bekleidung. Zack. So, jetzt haben wir 20% mehr Ausdauer. Und es fällt ja auch nicht so wirklich auf, ob wir die jetzt, äh... Anhaben. Oder die anderen. So. Ja, dann würde ich mal behaupten, dann mach's das auch mal wieder für diese Folge. Denn wir haben das Ödsturz-Hügelgrab komplett durchgerockt. Mitsamt dem Upgame und dem Handeln noch. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge tun wir mal den Weg nach Weißlauf in Angriff nehmen. Und wir besuchen mal diese Stadt zum ersten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei, wenn wir das tun. Und ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020